Wollen wir einen Katana-Fight machen? An der Cargo? Ja. Und zeig'n der Schlange, Alter. Oh, okay, ich hab 70, das reicht. Ja. Boah, scheiße. Geworfen vor, Alter. Du hast das Ding geworfen? Ich hab das Ding geworfen, ja. Ach du Schwein, du. Wollen wir mal mit Auto-Punker? Ja, Mann. Warte mal. So, jetzt vorsichtig. Da kommen wir niemals rein. Wollen sie ne Karte? Mit Auto oder ohne? Das Auto wollte ich hier abgeben zur Garderobe. Jojo, bringst du es einfach durch in die Garderobe. Rückwärts nützt die Klappe. Rückwärts ist immer besser. Oh, wegen dem Lenkwinkel und so. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Warte, ich muss her da rum. Ja. Erzählt mir was von Lenkwinkel, weißt du. Meine Oma. Jo, pass. Was? Ja. Sieht doch gut aus. Warte. Oh, ja. Oh, ja. Oh, was drin. Oh, ja. 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 Ich hab richtig Bock auf ne Party, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Da kommt das Garosell. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ok. Oh, oh, oh. Guckt euch mal die armen Gesichter an. Die sind hinten daneben, Murphy, du siehst da wie so ein Schluckmacher vorne. Ich wohne gerade nach hinten um und sehe euch beide an und heute beide Gesichter sind. Murphy ist vorne, du siehst da wie so ein Schluckmacher. Ich sehe nur die beiden Tattoos. Kann sie doch gut drehen auf Ego. Ja. Ja. Ja, wirklich. Ja, ja. Aber ich meine, sie sind die Tattoos von den beiden, aber nicht, wenn sie sich nach hinten umdrehen. Können wir mir vorstellen, dass sie viel Schrott hat. Ja, hier in den Kisten? Ich weiß gar nicht, was hier drin war. Ja, war Fleisch und so ein Scheiß drin, ne? Das hat mir geschmeckt. Nun, das weiß er. Frag mich nicht, welche Knarre in welcher Kiste. Ich weiß auch, wo Fleisch drin ist. Ich werde drauf geschmallen. Warum hab ich hier Schaden genommen? Achso, du hast mich gehofft. Achso, du hast mich gehofft.